Hallo, hallo, ihr kleinen Hasen in Vasen! Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich bin aktuell ein sehr großer Herbst-Fan. Letztes Jahr hat meine Liebe zum Herbst angefangen und jetzt würde ich sagen, ich bin schon auf Stube Groupie. Also ich weiß nicht, wo diese Herbst-Faszination herkommt. Vielleicht ist es, weil ich im Herbst meines Lebens angekommen bin. Ich wollte eigentlich so ein Themen-Oktober machen, so Spooktober, alles um Halloween und Herbst. Aber was soll ich halt sagen? Ich wollte es einen Monat vorher vorbereiten. Und ich glaube, wir haben jetzt... haben wir schon Oktober? Kommen wir zur Thematik. Ich habe hier schon ein Blättchen stehen, weil ich mir nicht mal Dinge merken kann, die an meinem eigenen Körper sind. Denn heute geht es um das Thema Tattoos. Kein Wunder, nach meinem letzten Video für alle Menschen, die es nicht gesehen haben, ich habe einen Draw My Life gemacht, habe Geschichten aus meinem Leben erzählt, die ich bereue. Und da war unter anderem eine Geschichte bei, in der ich erzählt habe, dass ich ein Tattoo habe, das nicht so geworden ist, wie ich es haben möchte. Da haben natürlich alle aufgeschrieben, Jaco, Jaco, wir wollen deine Tattoos sehen. Was natürlich total gelogen ist, weil ihr wollt nur das Tattoo sehen, was nicht so geworden ist, wie ich es haben will. Was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Ich bin nämlich ein Mensch, der extrem gerne Tattoo-Videos guckt. Also ich glaube, ich habe von jedem Menschen auf YouTube das Tattoo-Video gesehen, wo Leute ihre Tattoos zeigen und die Storys dahinter erzählen. Ich finde das super spannend. Ich werde dieses Video aber trotzdem so halten. Also ich werde euch meine Tattoos zeigen, die ich habe. Es sind insgesamt zehn, aber ich kann euch nur neun davon zeigen. Und ich werde euch einfach die Geschichten dazu erzählen. Es ist wirklich alles dabei. Von für mich tiefsinnigen Tattoos, die für mich eine große Bedeutung haben, zu Reisetattoos bis hin zu Modetattoos. Es ist wirklich alles dabei. Okay, bevor ich direkt mit dem ersten Tattoo anfange, möchte ich kurz noch einmal sagen, dass diese Tattoos entstanden sind, basierend auf meinen Entscheidungen. Und dass alle Menschen, die Tattoos hässlich finden oder da sind, um bestimmte Tattoos zu beleidigen, behaltet eure Meinung für euch. Das hier ist quasi nur dafür da, um Geschichten zu erzählen, Leute zu inspirieren. Und wer sich nicht tätowieren lassen möchte oder Tattoos hässlich findet oder unvernünftig oder was auch immer, das ist absolut okay. Aber dann ist das hier halt nicht der richtige Content für euch. Und das sage ich nur, weil ich schon Kommentare unter Tattoo-Videos von anderen YouTubern gesehen habe. Da ist mir halt kurz die Kotze hochgekommen. So respektlos, als wenn man jemanden halt auch so beleidigt. Irgendwie, es ist halt für immer da so. Du hast keinen Bock drauf, so eine Scheiße zu hören halt, ne? Man gibt ja auch so was von sich preis, indem man so was Persönliches im Internet doch schon teilt. Und ich finde, da kann man dann auch so mit Respekt, respektvoll mit rumgehen, ja? Ich habe ja schon mal gesagt, hier auf diesem Kanal herrscht keine Meinungsfreiheit. Hier herrscht Arschlochfreiheit. So, ein bisschen Hate, bevor wir mit Love starten. Kommen wir zum ersten Tattoo. Und ich muss ehrlich sagen, dass das erste Tattoo überhaupt nicht das erste Tattoo ist. Das erste Tattoo ist ein Tattoo, das es so, wie es ursprünglich war, überhaupt gar nicht mehr gibt. Aber ich kann euch einen kurzen Ausschnitt hier zeigen. Das erste Tattoo war nämlich ursprünglich drei Sterne an meiner Leiste. Und in meinem ersten Tattoo-Video, was ich jemals gemacht habe, habe ich die auch gezeigt. Da habe ich auch gesagt, dass ich sie covern lassen möchte, weil heutzutage würde ich das gar nicht mehr tun. Aber damals zu dem Zeitpunkt, wo ich die habe covern lassen, Sterne waren halt echt so eine Sache. Die waren mal eine Zeit lang mega krass im Trend. Und irgendwann waren so die Sterne an der Hüfte, waren so das neue Arschgeweih. Und da bin, also das war wirklich so krass zentriert da drauf. Das war irgendwie noch nicht so, dass jeder sich alles hat tätowieren lassen. Da gab es halt so einzelne Motive, die halt für immer so im Gedächtnis bleiben. Die Geschichte hinter diesem Stern. Ich war 17, ich hatte eine Freistunde, meine Freundin wollte sich tätowieren lassen. Ich habe gesagt, ich komme mit. Das war ein Tätowierer, der ohne Termin gearbeitet hat und im Vorraum vom Aldi seinen Shop hatte. Ich habe das gar nicht hinterfragt damals. Ich muss aber dazu sagen, dass der wirklich sehr gut tätowiert hat. Er hat halt nur eine Minderjährige tätowiert, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich minderjährig bin. Naja, auf jeden Fall hatte ich drei Sterne an der Leiste. Ich wollte unbedingt Sterne an der Leiste haben, weil Bill Kaulitz, meine große Jugendliebe von Tokio Hotel, einen Stern an der Leiste hat. Einer davon existiert immer noch, aber er ist an einer nicht jugendfreien Stelle. Nämlich viel zu tief geraten auch beim Tätowieren, aber er ist nun, er ist nun in meiner Love Zone. Ja, den kann ich dir nicht zeigen, weil dann wird mein Video gesperrt. Aber zum Cover-Up kommen wir später. Kommen wir zum zweiten Tattoo und Überraschung, Überraschung, es ist auch ein Stern und zwar auf meinem Finger. Genau, das ist ein Stern auf meinem Finger. Oh mein Gott, ich habe zu jedem Tattoo eigentlich eine dramatische Geschichte. Auf jeden Fall ist es ein Freundschaftstattoo von mir und meiner lieben Freundin Samira. Ja, wir haben einfach, eines Tages sind wir aufgewacht, da war ich glaube ich 19, 20 und haben gesagt, lass uns heute was Verrücktes tun. Ja, okay, wow, komm wir lassen uns tätowieren, wir wollen uns tätowieren lassen. Ja, und dann haben wir halt alle Tätowierer angerufen, bis wir einen Tätowierer gefunden haben, der ohne Termin tätowiert, was unfassbar schwierig ist. Also Leute, die sich öfter tätowieren, wissen, wie schwierig es ist, einen Tätowierer zu finden, der ohne Termine arbeitet. Das sind halt oft die Tätowierer, wo sich halt nicht viele Leute tätowieren lassen. Naja, auf jeden Fall war das so ein Tätowierer und ich war ganz, ganz doll am Weinen, nachdem ich dieses Tattoo bekommen habe, weil es krumm und schief geworden ist. Es ist ein Stern, der ist krumm und schief und der war ursprünglich auch mal in der Mitte rosa. Und auch der Stern von meiner Freundin, die hat den nämlich in groß hier auf dem Handgelenk, der ist auch ein bisschen, aber der ist schon besser gestochen. Ja, aber sie war auch sehr unglücklich damit lange Zeit. Witzigerweise ist das eins der Tattoos, die ich heutzutage am meisten liebe. A, weil es mich an eine meiner besten Freundinnen erinnert. B, weil es mich an einen sehr lustigen Tag erinnert, zu einer Zeit, die wirklich extrem, extrem cool war. Und C, weil ich das Tattoo mittlerweile wirklich schön finde, seit dieses Rosa aus der Mitte verschwommen weg ist. Weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz geil, besonders, weil es halt zu meinem anderen Tattoo auf der anderen Hand passt. Mehr kann ich darüber nicht erzählen. Gehen wir über zum nächsten Tattoo. Mein nächstes Tattoo befindet sich auf meinem Fuß. Ja, ist ein Schriftzug und der Schriftzug heißt Free Yourself. Und ist, ähm, wann habe ich mir das tatouieren lassen? Ich glaube, da war ich so 23. Das hat meine Freundin Debbie gemalt. Also sie hat diesen Schriftzug entwickelt und sie hat es tatouiert. Meine Freundin hat nämlich vor ein paar Jahren eine Tätowierausbildung angefangen und ich war, glaube ich, so ihr dritter oder vierter Kunde. Das war extrem schmerzhaft. Es kam natürlich noch dazu, dass sie gerade mit dem Tätowieren angefangen hat und nicht so viel Erfahrung hatte und deswegen über viele Stellen mehr rüber gerattert ist. Sie muss ja an irgendwem üben, ne? So ist das übrigens, wenn man eine Tätowiererausbildung macht. Dann musst du dir Freunde suchen, die sich von dir tätowieren lassen. Und da ist es immer gut, wenn man Freunde hat, die das mit ihrer Haut nicht ganz so ernst nehmen und nicht ganz so kritisch sehen. Und deswegen ist es immer gut, mit Jocko Wusch befreundet zu sein. Denn ich nehme das alles nicht so. Es vergammelt eh irgendwann in der Kiste. Ich habe mir dieses Tattoo stechen lassen nach meinem Studium, wo es mir extrem schlecht ging. Also ich habe ja schon mal in einem Draw My Life erzählt, dass dieses Studium mich jetzt... Wisst ihr, jetzt überlege ich schon, wie ich mich ausdrücke, weil YouTube ja jetzt diesen Schimpfwort-Scanner hat angeblich. Wisst ihr, kaum sagst du Hurensohn. Ich mache es jetzt einfach Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Und danach ging es... Ich fühlte mich so eingesperrt. Ich fühlte mich super eingesperrt nach diesem Studium. Es war so wie, ich will brechen mit allen. Ich will mit allen Menschen brechen, die mich einengen. Ich will mit allen gesellschaftlichen Konditionen brechen, die mich einengen. Ich will einfach nur frei sein. Bis dato hatte ich noch gar keinen Plan, was ich aus meinem Leben mache. Und dann habe ich einfach mich freigemacht. Ich bin ein paar Wochen putzen gegangen, danach nach Thailand mit dem Rucksack. Und habe viele neue Freundschaften begonnen, aber auch andere auf Eis gelegt, die mir nicht gut getan haben. Keine Ahnung, habe mich selbstständig gemacht. Und kann quasi heutzutage machen, was ich will irgendwie. Deswegen bedeutet dieses Tattoo mir so unfassbar viel, weil es eine Kombination aus dem Anfang eines ganz tollen Lebens war. So ein Wendepunkt und halt auch noch von einer Freundin gestochen wurde irgendwie. Deswegen liebe ich dieses Tattoo sehr, sehr doll. Ja, und ich mag es außerdem sehr gerne, wenn Tattoos an Füßen durch Sandalen durchgucken. Ich finde es irgendwie super schön. Deswegen will ich auch unbedingt noch irgendwas auf dem zweiten Fuß, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ja, vielleicht einen Mond. Ich könnte mir den ganzen Körper mit Monden voll tätowieren, ne? Auch wieder so ein Trend. Mal gucken, wie ich in zehn Jahren darüber rede. Machen wir weiter mit dem nächsten Tattoo. Und das ist hier. Das ist eine thailändische Schrift und bedeutet Pachaban, was übersetzt Gegenwart bedeutet, in der Gegenwart sein. Genau, das habe ich mir in Thailand auf der Kaosan spontan stechen lassen. Das Witzige ist, damals als ich mir das habe stechen lassen, hatte ich das Gefühl, dass ich mir sehr, sehr viele Sorgen mache, was ich auch noch bis heute mache. Und deswegen irgendwie ein Tattoo haben möchte, was mich daran erinnert, mit meinen Gedanken zurück in die Gegenwart zu kommen. Dann habe ich Nisi vor einem Jahr am Telefon erzählt. Nisi 156, das ist total dumm, weil sich dieses Tattoo hier hinstechen zu lassen. Die Stelle ist vielleicht ganz schick, aber da sehe ich es ja nie. Und deswegen macht es gar keinen Sinn. Und dann hat Nisi gesagt, krass, Jaco, jetzt hat dieses Tattoo eine noch viel tiefere Bedeutung. Die Gegenwart, sie ist immer da. Aber du kannst sie nicht sehen. Da habe ich gedacht, ich bin schon ziemlich krass, ohne es zu wissen. So, das nächste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen, ist ein Mond auf meinem Finger. Den habe ich mir in Portugal stechen lassen. Das war ehrlich gesagt eine total spontane Idee. Wir wussten, wir wollten uns da tätowieren lassen. Es ging nur kleine Sachen, weil ohne Termin. Und ich wollte schon immer mehrere Finger tätowiert haben, weil ich Fingertattoos sehr schön finde. Und ich wollte schon immer einen Mond unter anderem auf der Hand haben. Und ja, deswegen habe ich mir einfach einen Mond auf die Hand tätowieren lassen. Es war auch nicht so viel Kohle aktuell zu einem Zeitpunkt dran. So viel größere Sachen wären auch nicht drin gewesen. Das war auch sehr schmerzhaft, aber es geht halt super schnell. Also das sind ja so kleine Dinger, die sind ja in 5 bis 10 Minuten fertig. Also kann man da jetzt nicht irgendwie von schlimmen Schmerzen sprechen, aber es ist immer so... Okay, sie hat aufgehört. Okay, nächste Pause. Und dann ist es halt schon fertig. Wow. Und dann hast du einen Mond auf dem Finger. Ich bin ein sehr großer Mond-Fan. Ja, und ich liebe es auch, dass ich sehr viele Ringe habe, die thematisch zu meinem Mond passen. Jetzt brauche ich nur noch ein Mond-T-Shirt und eine Mond-Hose. Und dann, ja, bin ich das Universum. Ohne Sonnen und Planeten. Das nächste Tattoo ist auf meinem Rücken. Und der erste Eindruck von euch wird vermutlich sein, wow, das ist aber komisch gestochen oder schlecht gestochen. Das liegt daran, dass das kein normales Tattoo ist, sondern das ist ein Sakjant, was ich mir in Thailand habe stechen lassen. Ich kann euch auch hier mal den Reise-Vlog veröffentlichen, wo wir in diesem Tempel gewesen sind. Also das hat ein buddhistischer Mönch in Thailand auf meinen Rücken mit einem Bambusstab tätowiert. Das sind quasi so lange Bambusstäbe, vorne ganz spitz. Und dann hämmern die quasi das Tattoo in den Rücken. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die haben eine Bedeutung. Kevin hat zum Beispiel eins auf dem Rücken, das steht für Stärke, das ist ein Tiger. Dann gibt es welche für Liebe, für Familie. Dann gibt es Angelina Jolie hat zum Beispiel auch zwei auf dem Rücken. Die hat auch dieses eine Ding. Das habt ihr bestimmt schon öfters gesehen. Ich kann das hier mal einblenden, das sind so vier Striche. Das ist so das Grund dazu. Das gibt ihr erstmal Schutz und Glück so in allen Lebenslagen. Und einmal im Jahr ist in Thailand dann zum Beispiel ein großes Fest dieser Tattoos, dieser Sakjant. Und dann kommen ganz viele Mönche zu diesem Fest und bebeten das Tattoo neu. Also meins wurde auch bebetet. Und da müsste man quasi dorthin gehen und es wieder neu segnen lassen, damit es wieder aufgeladen ist. Mein Tattoo steht für Schutz in alle Himmelsrichtungen auf Reisen. Und deswegen liebe ich das sehr doll. Ich muss dazu sagen, das Tattoo wird sehr schnell gestochen. Also meins wurde in so 12 bis 15 Minuten gestochen. Aber es waren die 12 bis 15 schmerzhaftesten Momente meines Lebens. Aber ich habe die Zähne zusammengebissen und durchgehalten, weil es ist halt auch was anderes, ob da ein Tätowierer ist, den du bezahlst, oder ob du in einem Tempel bist, bei einem Mönch, der dir die Ehre erweist, dir ein Tattoo zu machen. Und alles ist still. Und es kostet auch nichts. Also du gibst dem Mönch ein Geschenk. Das sind Mentholzigaretten und eine Blume und ein Räucherstil oder eine Kerze oder sowas. Und das ist natürlich eine andere Situation. Da reißt man sich da. Da muss man Courage zeigen. Ja, aber danach war ich auch echt fix und fertig. Kommen wir zum nächsten Tattoo. Und das ist das, worauf alle gewartet haben. Das ist das Tattoo an meiner Leiste. Ich glaube, es ist gar nicht so spektakulär, wie ihr denkt, dass es ist. Wie gesagt, ich hatte dort Sterne und es hat gut gepasst, diese Sterne mit einem Mandala zu überdecken. Ich wollte es sehr modern haben. Ja, ich wollte sehr viel freie Flächen drumrum haben und wollte halt so ein bisschen Gebömmel drumrum, dass es so ein bisschen Feminin macht. Diese modernen Mandala-Tattoos, bla, bla, bla. So, der Typ, bei dem ich mich habe tätowieren lassen, war aber mehr so in der Oldschool-Richtung unterwegs. Also eher so männlichere Tattoos und auch mehr schattiert und realistischer. Und deswegen ist das Ganze sehr viel dunkler geworden, als ich es eigentlich haben wollte. Das habe ich aber erst später gesehen, weil wer schon tätowiert ist, weiß, wow, Schattierungen gehen super schnell. Das Tattoo braucht mega lange und wenn die schattieren, so wusch, 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 wusch. Und schon ist das Ding viel dunkler. Und ich finde, es sieht eher aus wie ein Steuerrad, als wie ein Mandala. Es war nämlich, ich habe ihm ein Bild gezeigt, wo diese Zacken auch drauf waren, aber halt nur so bei einem Mandala so drei. Und die anderen waren so ein bisschen blumig und so ein paar Kristalle hängen da dran. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das so ein bisschen ausweite. Wisst ihr, dass ich so ein bisschen mehr Konturen außenrum mache und das Tattoo größer mache und da freie Flächen drin lasse, um es insgesamt heller wirken zu lassen und diese Steuerrad-Elemente so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben. Aber ich muss dazu sagen, dass dieses Tattoo ja schon sehr weit auf den Bauch hinausragt. Und es ist nicht so, dass ich in meinem Leben niemals Kinder haben will. Und wenn ich das jetzt noch weiter nach oben ziehe, dann gebe ich meinem Bauch noch mehr Farbe und Fläche, die hinterher bei einer Schwangerschaft in ein paar Jahren vielleicht mega krass gedehnt werden würden. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber egal, das ist die Geschichte zu. Kommen wir zum nächsten Tattoo. Wow, das wird ein richtig langes Video. Und das ist eine Rose auf meinem Arm. Ich glaube, dass viele Menschen dieses Tattoo kennen. Es ist ein typisches Motiv, das durchs Internet gegangen ist. Als ich das damals auch veröffentlicht habe, also gezeigt habe auf Instagram und Facebook, habe ich sehr, sehr viele Beleidigungen bekommen. Schade, dass es nicht individuell ist. Schade, dass du dem Trend folgst. Oder ich hätte mehr von dir erwartet, als sich Tattoos stechen zu lassen, die andere Menschen auch schon haben. Aber ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Ich habe es gesehen. Ich fand es schön. Es ist nicht mein Ziel, der individuellste Mensch der Welt zu sein. Für so wichtig halte ich mich irgendwie nicht. Ich habe es im Internet gesehen. Ich hatte es bestimmt fünf Jahre, hatte ich dieses Motiv in den Fotos auf meinem Handy. Und ich habe es immer wieder gesehen und fand es wunderschön. Und dann hat der Tätowierer mir drei andere Sachen gezeichnet, die anders aussahen. Und die fand ich nicht so schön. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich lasse mir jetzt einfach das tätowieren. Und das war übrigens in Indien, in Rishikesh. Da gibt es ein, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich verlinke euch mal das Video hier. Es gibt auch ein Video davon, wie ich mir das hier tätowieren lasse. Und es ist ein sehr, sehr guter Tätowierer, wahrhaftig. Einer mit der besten, bei denen ich bisher gewesen bin. Und hier oben in der Ecke, das liebe ich eigentlich am meisten, ist ein kleines Om-Zeichen. Weil, ja, ich war in Indien. Om hat da viel zu bedeuten. Und es war auch die Zeit, als ich mich habe tätowieren lassen, nach meinem Ashram. Also ich war eine Woche in einem Ashram, aber das war so eine coole Zeit. Und es wurde so viel meditiert und Yoga gemacht. Und, ja, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt für mich, so für meine Persönlichkeit und für meine Einstellung. Und ganz viel hatte das mit Om zu tun. Das Zeichen ist seine indische Schrift und steht halt für Om oder A-Um. Und das steht für das ganze Universum, das alles. Also alles, wirklich alles. Om steht einfach für alles. So wie Amen. Amen ist die Übersetzung von Om. Auf Hebräisch. Wow, wow. Ich hoffe, das war richtig und nicht total peinlich. Auf jeden Fall ist das eins meiner absoluten Lieblingstattoos. Besonders, weil ich mich überwunden habe, endlich meinen Unterarm zu tätowieren. Weil ich schon immer einen tätowierten Arm haben wollte. Und mich aber trotzdem irgendwie nie getraut habe. Weil der Unterarm ist schon so krass. Kommen wir zum nächsten Tattoo. Und das kennt ihr ja. Es ist auch online gegangen, wie Kevin mich tätowiert hat zu Hause. Und zwar das Wort Geronimo habe ich an meinem Fußknöchel. Genau. Kevin kam auf die Idee, irgendwann sich selbst zu tätowieren zu Hause mit so Stick and Poke. Zuerst fand ich das total bescheuert und habe ihn gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Und dann fand ich es irgendwie cool. Und es sah schön aus. Und dann wollte ich auch. Und ja, Geronimo, der Hauptgrund ist halt Doctor Who. Ich bin ein sehr großer Doctor Who Fan. Und da ist das so ein Running Gag in der Serie. Und steht halt auch so auf, let's go, lass uns was Verrücktes tun. Und ja, das ist mein Motto. Also wenn ich nicht Netflix gucke, sondern draußen mal bin. Einmal im Jahr. Und kommen wir zum letzten Tattoo. Und das ist ganz, ganz neu. Und zwar ist das ein Mond mit einem Kristall. Ist auch ein bestehendes Motiv, was man im Internet findet. Ich finde langsam, Tumblr könnte mich so als Testimonial einstellen. Ja, das ist einfach ein Mond mit einem Kristall. Das habe ich mir in Kambodscha machen lassen. Das hat auch ein bisschen mehr Schattierungen abgekriegt, als ich wollte. Es war so, nein, ich möchte nicht mehr Schattierungen. Er sagt, doch, doch, vertrau mir. Und ich sage, ja. Aber ich liebe es trotzdem sehr, sehr doll. Gibt auch keine Story dahinter. Ich mag Monde, ich mag Kristalle. Möchte gerne welche sammeln, aber bin zu geil, sich Geld dafür auszugeben. Das ist meine große Beziehung zu diesem Tattoo. Und ich habe es in Kambodscha machen lassen. Es hat trotzdem, es erinnert einen immer an so eine Zeit. Das war es. Eines der selbstbezogensten Videos, was ich die schon lange gemacht habe. Aber es hat sehr doll Spaß gemacht. Weil irgendwie habe ich ganz viele Sachen vergessen und mich gerade wieder so daran erinnert, indem ich es euch erzählt habe. Ja, Leute. Und ich will das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Es ist jetzt schon unfassbar viel zu lang einfach. Aber ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und verabschiede mich. Namaste. Ciao. Kakao. Peace up. Ey, ciao.